So, wir sind jetzt hier in Hannover. Vielleicht fahren wir nach Röhring. Und hier sind wir in Köln. So, wir gehen jetzt auf die Brücke, die Hohenzollernbrücke mit den vielen Schlössern. So, wir fahren jetzt gleich mit der Seilbahn. Cable Car. Man sieht sie gar nicht. Naja, wir zeigen euch das gleich. Wir sind jetzt an der Seilbahn, da kommt schon die nächste. Und wir haben gerade gefragt, hier fährt man erst und dann bezahlt man. Auch nicht schlecht. Hier kommt unsere Gondel, Nummer 29, in weiß-rot. Das sind die Farben von Köln. Perfekt. Das sind die Farben von Köln. Ich esse ein Traditionsgericht. Köln. Es heißt Al-Wahan. Al-Wahan. Al-Wahan heißt auf Deutsch auch Male Chicken. Aber Al-Wahan hat nichts mit Chicken zu tun. Aber Al-Wahan hat nichts mit Chicken zu tun. Al-Wahan is not Chicken, it's bread and cheese. Wir sind jetzt hier in einem Brauhaus und trinken jetzt das Getränk aus Köln. 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 Oh, es ist ja dunkel. Ich glaube es ist Nacht. Wir sind immer noch in Köln. Und naja, man sieht leider nichts. Köln. 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 Vielen Dank.